Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Jawohl, mit Jasmin und mit meiner wunderbaren, wunderschönen Taschenlampe. Hier zu meiner rechten. Seht ihr sie? Wunderschön, oder? Mal gucken, ob es dieses Mal was wird. Trapper. Echt? Echt? Als ob ich das nicht glauben würde. So, ich muss auf jeden Fall mit der Taschenlampe besser werden. Und ich werde wahrscheinlich... Oh, nee. Was ist los? Nicht, Trapper? Was wohl? Meyers? Rat mal, wer hinter mir her ist. Der Trapper ist hinter dir her. Ja. Was sonst? Wieso frage ich überhaupt? Eigentlich müsste ich es ja wissen. Bist du das hier? Mhm. Das heißt, du bringst ihn mit, ja? Mhm. Das ist aber nicht so nett. Hau mal wieder ab, bitte. Nö. Könnte immer scheiße sein. Das bist du ja nie, ne? Pass auf, ich guck gerade... Jetzt gleich ist es gar nicht der Trapper, sondern es ist der Fallenleger, wollte ich sagen. Das wäre jetzt so unlogisch gewesen. Und jetzt ist es der Meyers. Nee, nee. Mhm. Weil es war ja bei dir schon mal der Fallenleger, ne? Und dann auf einmal war es der Meyers. Also... Vielleicht gibt es ja, äh, hier Parallelen. Ich weiß noch, wie der Deko mich verarscht hat. Weißt du noch? Was hat er gemacht? Er hat auch gesagt, es ist der scheiß Trapper und dann war es der Meyers. Und ich habe einen Gewürzerschaum. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Seitdem glaube ich dem aber auch nicht mehr. Ja. 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 Gehen wir es zu ihm? Boah, er ist so weit weg. Nee, nee, nee. Ich bin viel zu lahm. Ich bin, ähm, bei ihm. Aber der Killer ist hier immer noch. Das Gute ist, ich habe nie dafür drin. Weißt du, wenn ich in eine Richtung laufe, wird mir angezeigt, ähm, oder ich kriege halt ein Signal, wenn jetzt vor mir irgendwo eine Falle liegt. Okay. Ich liebe diesen Perk. Er hat eine Falle... ...hingestellt. Pass auf, pass auf, da ist irgendwo eine Falle. Er kommt zurück. Das war gut von uns. Ja. Meinst du? Ja. Ich habe die Falle dann noch entschärft, dann konnte ich schnell runter. Was ist denn für einer? Oh, ich habe ihn doch... Ah, Mann, es funktioniert nicht. Übung macht den Meister. Ist wirklich so. Jetzt musst du ihn retten. Ja. Quasi am besten einmal hauen und dann... Ist wieder nach unten gegangen. Da stellt er wieder eine Falle hin, ah. Ich senke ihn ab. Warte, warte. Okay, kannst. Kannst. Ja, 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 ich gehe. Okay. 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 Dankeschön. Hm, der ist direkt zurück. Ja. Da ist eine Falle. Ach Junge, da ist eine Falle. Oh, fuck. Wann hat der mich nicht... Ach, Mann. Und der hat die bösen Fallen mit, ne? Ja, ich hätte ihn auch einfach... Aber der hat doch gehört, dass er da eine Falle hingestellt, gelegt, Entschuldigung, gelegt hat. Ach. Die Falle muss wehtun, ne? Ja. Entschuldigung. Also klar, die Falle war auch eine Kurve, man konnte sie nicht sofort sehen. Aber... Na, bei uns ist das wahrscheinlich so, weil wir das schon wissen, die Fallen liegen. Wenn das ein Neuling ist, der weiß, der hat ja keine Ahnung. Das kann sein. Weil bei uns auch am Anfang... Ich habe... Also der Killer hat sich jetzt immer von mir weggedreht. Mhm. Ich habe ihm ja immer die Taschenlappe ins Gesicht gestrahlt. Mhm. Also ich glaube, es fing schon langsam an, dass ich ihn geblendet habe. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht stark genug, weil er immer die Zeit hatte, sich umzudrehen. Hm. Das kann sein, ja. Hm. Ich muss das... Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich einfach mal, ähm, die Lina-Taschenlampe mitnehmen. Boah, und dann der Geist. Boah, das wäre so geil. Ich sehe hier einfach gar nichts, ne? Bei mir im Zimmer ist es gerade so hell. Boah, ich muss mich wirklich konzentrieren. Kriegst du gleich noch Augenschmerzen. Ich habe hier jetzt schon, ne? Und schwindelig wird dir. Nein. Auch schon, Generator. Ist auch schon fertig. Mann. Ist auch schon fertig. Ah, hallo. Du warst es genauso wie ich, ja? Mhm. Ich will hier stehen. Guck mal, das müssen wir so machen. Warte. Fuck. Oh Mann. Ich probier's, 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 probier's. Hol sie runter. Ja, warte, ich bin... Warte. Du kommst gerade in meine Richtung, deswegen... Oh. Der kommt dir nicht hinterher. Warum nicht? Weil er fallenlegen möchte. Heil mich mal bitte. Ich hab noch Borrow Time. Oh, sie hat ein Disconnect gemacht. Such du die Luke, ja? Nein, nein, nein. Ich hab noch Borrow Time. Nee. Der kommt zu uns. Renn, renn, renn. Geh weg, renn. Nein, 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 nein. Hat er dich gesehen? Jetzt hat er dich gesehen. Nein. Ich hol dich. Nimm die Luke. Nein, nimm die Luke jetzt. Nein, ich hol dich. Nein. Bitte. Brauchst du nicht. Oh nein. Ich hab ihn, glaub ich, gest... Ich hab ihn gestand. Pass auf, Palette. Der läuft dir hinterher, ne? Boah, das ist jetzt anstrengend. Ui. Ich hab wirklich das Gefühl, die Taschenlampe bringt mir absolut gar nichts. Boah, ne bessere. Also, ich bin tot. Nein, bist du gar nicht. Doch. Oh, komm, hier ist viel zu dunkel. Ich seh die Luke hier nicht. Die Luke, such die Luke. Ich geh jetzt auch schnell sterben. Ich hab... Bitte, Jasmin, bitte. Einmal. Lass mich dich holen. Ich hab Borrow Time. Ja, dann jetzt. Ja, wo ist er denn? Da hinten. Ich bitte. Jetzt komm, schnell, 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 schnell. Ja, dann. Go, 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 go. Steff, go, steff, go, steff, go. Da vorne hier geradeaus, genau vor mir, ist ne Falle. Geh, komm hin, komm hin. Komm hin. Ja, komm. Put, 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 put. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Ich lenke ihn ab. Nee, nee, nee. Doch, doch. Hier ist ne Palette. Okay, warte, ich halte dich. Ah. Der muss ja noch einen töten, weil einer disconnected hat. Naja, jetzt sind nur wir beiden Schnieken. Oh, Schnecken hier. Wir sind Profis. Absolut. Ich muss auf jeden Fall... Obwohl musst du jetzt mal lachen, weißt du? Wir müssen auf jeden Fall mal hier einen Generator zusammen machen. Hier. Der ist hier, der ist hier. Der hatte ich gesehen. Der hatte ich gesehen. Guck mal, ich will den verarschen. Oh nein. Ich hole dich aber jetzt nochmal runter. Scheiße, ich komme in den Keller. Such die Luke. Such die Luke, bitte. Nein. Bitte. Nein, ich habe Borrow Time. Bitte, bitte. Ich habe Borrow Time. Nein, das ist doch gerade ausgelöst, Borrow Time. Scheiße, du hast recht. Egal. Ich komme trotzdem noch... Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich komme auf jeden Fall irgendwie befreit. Ich rette dich. Ich rette dich. Nein. Der läuft hinterher, ne? Was ist das für ein Mongo? So, Generator weiter. Geil, wenn der jetzt in seine eigene Falle reintreten würde. Der hat mich fallen lassen. Echt? Was ist er denn jetzt? Weiß ich nicht. Hä? Ist der doof? Der sucht nach mir. Ich gehe mal... Halt ich mal bitte hoch. Okay, der stellt eine Falle auf jeden Fall irgendwo in einem Haus. Okay. Hä? Ne, der hat eine Falle genommen. Was kam zu dir? Nein, 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 nein. Wie konntest du wegkommen? Ich weiß es nicht. Ich bin mal so dreist. Pass auf, der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Ich seh nix. Es ist viel zu dunkel hier. Scheiße. Ich hätte doch sterben sollen. Ich seh nix. Oh! Das Ding ist, Leute, ich sehe hier wirklich gar nichts. Fuck. Ja, weil die einen haben doch dunkle Mondlicht und Monddämmerung oder so reingemacht. Fuck, ich bin tot. Oh, hier ist kein Achtwagen, hier ist keine Palette mehr. Und ich drücke die ganze Zeit Leer-Taste. Oh, aber scheiße. Ah, vielleicht hätte ich früher weggehen sollen. Ach, verdammt. Der will mit dir in den Keller. Hä? Keine Ahnung, was er machen möchte. Was macht er denn? Ich weiß es nicht. Er lässt mich, er lässt mich runter. Ah, ich komm zu dir jetzt einfach und halt dich. Ja. Ist hier irgendwo eine Falle? Egal. Hä? Was ist denn heute los? Keine Ahnung. Ich glaube, der will jetzt einfach Punkte machen. Kann das sein? Weil ich so dreist war wahrscheinlich. Oder weil die einen Disconnect... Ich weiß es nicht. Hast du Spaß? Heil mich. Heil mich. Disco-Mill. Ja, ist ja gut. Mach du das, mach du das mit der Falle. Ich mach den Generator weiter. Ist der da reingelaufen? Ja. Ich glaube, der wollte dir damit zeigen, dass du da reinlaufen sollst. Mhm. Oh, der nimmt dich hoch. Nein, wohin jetzt? Was machst du mit mir deine? Nein. Du sollst mich heilen. Ach, der ist okay. Ist ja okay. Das war einer. Keine Ahnung, ich darf keinen... Scheiße, Entschuldigung. Ich darf keinen Generator machen. Anscheinend darf ich keinen Generator machen. Da. Und... ein Totem. Möchtest du das machen? Ne, ne, ich hatte schon eins. Das ist das halt. Wir haben echt komische Runden heute. Absolut. Gut. Was du machst du? Das Ding ist, du musst halt jetzt mitspielen, ne? Haltst du mit? Mhm. Du musst halt jetzt auch mitspielen, weil sonst kannst du auch einfach lieben, kriegst du keine Punkte. Ja, ja, ja. Wir spielen jetzt schon fast eine Viertelstunde. Ah! Entschuldigung. Nicht schlimm. Aber ich hab's auch gerade verkackt. Boah, der macht mich nervös. Ja, der hat mich jetzt auch nervös gemacht. So. Ja, doch. Ich mach's ja schon. Der Fallneger. So, was darf ich... Was soll ich da nachmachen? Hm? Willst du mich verarschen? Jetzt muss ich von vorne das Tote... Idiot. Was macht der? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, jetzt hör auf. Lass mich das Tote machen. Warte mal, ich mach ein Foto. Warte, soll ich dich heilen? Nö, brauchst du nicht. Hey, Mann! Also kannst du gleich machen. Der möchte dagegen treten. Echt? Ja, gut dann. Ja, du sollst dagegen treten, du Idiot. Nee, ich versteh den nicht. Was will der denn jetzt? Der macht einfach nur so Faxen. Ach so. Lass mich heilen, wenn du möchtest. Ich geh rechts zum Ausgang, du gehst links. Mhm. Dann geh deinen Ausgang. Boah, der sagte ja. Warte mal, ich tue mir nochmal weh. Ach, Einhornpupschen. Ah ne, Maya... Mayas Einhornpups heißt er jetzt. Tut mir leid. Alles gut. Okay. Warum muss der mir jetzt wieder hinterher rennen? Weil der mich so unfassbar lieb hat. Gott. Ich laufe hier gegen Bäume. Es ist viel zu dunkel hier. Wir können auch gerne mal dich nehmen. Nö. Auch du. Nö. Nö. Das ist jetzt nur passiert, weil ich so dreist vor dem einfachen Totium die Kiste gemacht habe. Ja. Ich weiß noch nicht. Entscheiden sich die Killer dann einfach so, okay, ja jetzt bei dem Spiel... Ja klar. Ja. Wenn dir einer im Spiel sympathisch ist oder so, wo du siehst, der hat das ein Satz gemacht. Wobei, eigentlich ein Killer ja nie sympathisch sein sollte, ne? Aber... Gut. Oh nein. Der hat nöt. Echt? Nimm die Luke. Ich darf rauskrabbeln. Glaub ich. Oder? Nein, ich wusste es, du kleines Arschloch. Hängt er dich auf? Nein. Der soll mich aber aufhängen. Der darf mich aufhängen. Der darf mich aufhängen. Was will der machen? Was versucht der gerade? Um mich rauszuwerfen, will ich aber nicht. Boah, irgendwie so warm, ne? Ich renne jetzt zum Kacken, da ich zum Haken. Du bist ja süß. Ich guck in der Zwischenzeit, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube, viele sind, glaube ich, mit der Situation überfordert, wenn du denen sagst, so, ja, ich möchte gerne auf... Du bist jetzt extra durch eine Falle gelaufen, oder? Ja, ja. Ich habe mir gezeigt, der soll mich im Keller aufhängen. Ich glaube, das macht der jetzt auch. Ja? Ja. Boah, ist mir warm. Nö, der bringt mich zum Ausgang. Oh, ich habe das brennende Totem gefunden. Ich sterbe einfach nicht. Wie ihr seht, haben wir sehr viel Spaß bei sowas. Wobei, ich muss sagen, jetzt ist es eigentlich ganz angenehm, mal sowas zu spielen. Also meistens habe ich eher keine Lust auf Punkte Farmen. Aber jetzt können wir sowieso nichts machen. Jetzt sind wir schon 20 Minuten quasi dabei. Wo ist denn die Lu... Ja, oder komm, such du die Luke. Ich habe keine Lust. Such. Ich kann dich heilen. Ich bin gerade an ihnen vorbeigelaufen. Hallo. Guten Tag. Oh, du hast ja pinke Schuhe an. Habe ich pinke Schuhe an? Jo, tatsächlich. Ja, ja. Adidas Schuhe. Ich habe Adidas Schuhe an. Wäre doch immer cool, oder? Für die Survivor-Adidas-Klamotten. Absolut. Oh, jetzt wird der sauer. Ich glaube, wir sollen einfach rausgehen. Okay, ich gehe jetzt einfach raus. Dankeschön dafür. Jasmin, Jasmin. Das ist unglaublich. Jasmin ist ein Mensch. Du liebst es, Leute zu ärgern, ne? Ja. Ich vermute die gerne. Boah, ich habe, glaube ich, fast... Ich glaube, ich habe volle Punktzahl. Krass. Du musst raus. Nein, der bringt mich zur Luke. Das muss ich nicht zur Luke bringen. Ist doch nett. Oh, da ist die Luke. Okay, dann nehme ich die Luke. Wie schnell sie ihre Meinung ändert. Wie geil. Oder meins hat er genug Punkte. Warum hat er jetzt an der Falle? Der hat 22.000 jetzt. Also reicht? Ja. Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Okay. Ach, ist mir warm, ey. Ich bin ganz warm vom Spielen. Dass du so aufgeregt bist wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, das war jetzt immer eine etwas andere Runde. Nice, Killer. Ja, klar, dass du sowas schreibst. Ach, mein Kampf. Das ist... Ach, ne. Bitte nicht über den Hitler oder so. Kacke. Oh, ne, ne. Ja, doch. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen. Ja, gut. Jetzt weißt du auch, warum der ist so abgegangen. Ja, ja, ja. Alles klar. Ach, ja. Ich lädste mich ein. Hm? Hey, du bist... Du hast schon wieder bei mir einen Totenkopf. Ja? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Aber bei mir stand das auch, glaube ich. Du hast bei mir einen Totenkopf. Was zum Teufel? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja tot und ich bin nur der... Ja. Keine Ahnung. Unbekannte. Das kann natürlich sein, ne? Man weiß es nicht. Oh, ich mach gleich erstmal den Ventilator an. Boah, wir haben unsere noch im Keller. Boah, ich möchte den nicht spielen. Warum wird der mir den mal angeboten? Mensch. Er möchte aber. Ich aber nicht. Und ich will... 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 Ja, ja. Mein Kampf. Ja, ich weiß nicht, warum man sich unbedingt so hernennen muss. Aber gut. Manche stehen anscheinend drauf. Hm. Schon komische Leute. Oh, kommt direkt in die Lobby rein? Mensch. Wow. Ach ja, ich wollte noch schnell einmal für kleine Mädchen. Aber ich mach bereit. Ich hoffe, das Spiel geht nicht los. Bis gleich. Bis gleich. Ja, tschau. So, was nehmen wir denn? Ich glaube... Mit den 33.000 Punkten komme ich wahrscheinlich nicht so weit. Ähm... Das habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Das hier mit. Das hier. Das auch. Komm, steh, 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 steh. Ich muss noch eine Taschenlampe mitnehmen. Level 40. So. Oh Gott, 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 oh Gott. Wir lassen die hier mit. Gucken wir mal. Ob das was bringt. Ich hoffe doch. Ah, ich muss echt leer mit der Taschenlampe zu spielen. Ich hoffe, das wäre jetzt natürlich sehr praktisch, wenn wir den Geist hätten. Wenn wir jetzt den Geist hätten und nicht mit der Taschenlampe. Also bei dem Geist finde ich es einfach. Und sobald ein anderer Killer dabei ist, dann ist es schon wieder Kacke. Das muss ich dann erstmal lernen. Und ich hoffe, ich kriege jetzt bald mal eine lila in der Taschenlampe. Ich weiß, ich habe jetzt noch eine grüne Taschenlampe. Die grüne möchte ich aber erst einsetzen, wenn ich so ein bisschen schon mit der Taschenlampe umgehen kann. Und dann vor allem auch dann die lila in der Taschenlampe einsetzen. Was, glaube ich, wird noch ein bisschen dauern. Mal kurz was trinken. Bin ich gespannt. Weiß ich nicht. Hoff das Beste für mich. Oh Gott, ich hoffe, Jasmin kommt jetzt gleich. So, da sind wir auch schon. Da ist sie ja. Ach, da ist sie ja. Aber genau auf die Minute, ne? Ja, ich habe mich beeilt. So, da seht ihr mal, Frauen können auch schnell auf Toilette gehen. Ja. Vorъ erainen laughs Ich kann jetzt klopfen. Ich bin aber extra gerannt. Und das ist bestimmt wieder der Trapper, ey. Ne, ist die Nurse. Oh, ne. Doch! Alle, die mich kennen, wissen, dass ich es die hasse. Ich glaube, die hat mich verloren. Die habe ich verloren. Ich glaube, die ist nicht wirklich gut. Ja, nicht falsch. Ja, genau, komm, geh weg, du stehe. Aber die hat sich nicht teleportiert. Ja, bei mir macht es das auch wahr, weißt du? Echt? Oh, ist aber blöd. Aber ich glaube, die ist wirklich nicht so gut. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren. Ich weiß es nicht. Aber die ist bestimmt besser als ich mit einer Nurse. Das ist, glaube ich, aber nicht schwer. Oh, Mann. Die hat dann schon mit mir gespielt, hat die keinen Bock mehr. Nee, aber die waren wirklich nicht gut, oder? Nee. Nee, die waren nicht gut. Ach, Mann, jetzt sehe ich den. Ich hätte jetzt gerne mal ihr Profil... Botchkuba, ein Krebs. Warte, ich kann dir den Link eben schicken, wenn du magst. Ja, mach mal, bitte. Ihr bei Discord oder wo? Ähm, nee, über Steam. Können Sie sich über Steam? Also, sobald ich hier rausgehe, dann... So. ... wird die Aufnahme beendet. Ach, schade. Hätte ich jetzt gerne gespielt. Nee, ich nicht. Ja, aber die waren wirklich nicht so gut. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen üben. Ich weiß nicht, aber... Eventuell. Das Ding ist, da mache ich jetzt bestimmt Firefox auf. Ich gucke es mir gleich an. Du guckst mir gleich an. Ist ja blöd. Ich lade dich jetzt erstmal ein. Mach das. Also, ich bin sehr dankbar dafür, dass die freiwillig rausgegangen ist. Wir waren einfach zu gut. Ja, genau. Wir waren einfach zu gut. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab ja erst gedacht, du verarscht mich, ne? Weil ich hab die ja nicht gehört. Ich hab die auch nicht... Die hat sich halt nicht teleportiert. Aber ich hab die verarscht. Ja, ich so, ja, ja. Ich... Die verarscht... Die verarscht mich bestimmt. Und das ist doch jemand anderes. Und dann auf einmal sehe ich die, ne? Kommt die direkt zu mir und teleportiert. Ich so, nee, ne? Warum? Welcher Region sind wir eigentlich? Weiß ich nicht. Polen? Ja. Ja, in Polen sind immer noch die Kulten irgendwie. Keine Ahnung. Also bis jetzt die Runden waren da irgendwie gut. Wo sind wir jetzt? In Polen. Immer noch. Immer noch. Okay. Ah, okay. Oh. Und da sind wir auch schon drin. Nee, mir gefallen die Killer also bis jetzt in der Region. Ja? Ja. Ja, das ist doch schön. Also noch keinen Camper oder so gehabt. Patsch, movier mit der das Popolz. Gut, dobra. Was hast du gesagt? Wir werden jetzt die ganze Zeit Polen reden, okay? Nein, ich kann keinen Polen. Ich muss ihm ja beibringen. Bring ich dir Brei. Was heißt? Bring ich dir Brei. Brei. Bisschen Brei bring ich dir mit. Warte mal, was heißt denn? Wir müssen ja klein anfangen. Was heißt Hallo? Äh, tschächt. Wie? Du hast dir gerade ehrlich das schlimmste Wort ausgesucht, was man sich... Oh, super. Okay. Tschüss heißt übrigens auch tschächt. Also sagt man Hallo. Und ich spreche es jetzt wahrscheinlich anders aus. Ich habe halt einen deutschen Akzent. Ich... Ne? Das ist nicht meine Muttersprache. Tschächt. 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 Ich spreche... Tschächt. Ich spreche... Nee, das... Tschächt heißt Sex. Oh nein. Oh nein. Tschächt. Nee, sch... Oh Gott, jetzt... Das wird auch... Oder... Ich... Tschächt heißt Sex. Aber ich spreche jetzt auch... Ich, wie gesagt... Meine Aussprache ist in Polnisch nicht so gut. Ich habe halt einen ganz starken Akzent. Oder... Schächt. Nee, Schächt. Sag ich schon wieder Sex. Egal, ich sage es gleich. Ich sage es so viertelbe fünf Minuten, dann habe ich es wieder rauf. Sag einfach... Guten Tag. Sag einfach... Tschähn Dobre. Wie? Tschähn Dobre. Tschähn Dobre. Tschähn Dobre. Ich kann auch nicht, das ist richtig schwierig. Tschähn. Tschähn. Nee, echt? Tschähn heißt Tag. Und Dobre heißt... Ja. Gut. Also so Tschähn Dobre. Tschähn Dobre. Tschähn. Tschähn Dobre. Tschähn. Ballata. Tschähn Dobre. Ja, ja. Ja, das war gut, war gut. Oh Mann. Ja, ich muss das lernen. Was heißt, du stinkst? T. Schmerzich. 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 Ich spiele, ich rede Schlesisch vor allem. Also kann sein, dass ich es auf Schlesisch gesagt habe. Der ist ja noch ein bisschen anders als Polnisch. Also nächstes Mal, wenn ich zum Killer sage, der stinkt, dann sage ich dann auf Polnisch. Aber ohne Spaß, du suchst dir gerade die schlimmsten Wörter auf. Stinken ist auch ein Scheißwort. Sch-sch-sch-sch-sch-sch. Was heißt denn? T. Also du. Schmerzich. Ich spreche es auch wieder falsch aus. Ich weiß im Kopf, es ist so kacke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ob ihr eine zweite Sprache könnt. Man weiß, wie es im Kopf richtig ausgesprochen wird. Aber ich selbst kann es nicht richtig aussprechen. Das ist ekelhaft. Ich verstehe zum Beispiel auch viel mehr, als ich sprechen kann. Oder könnte. Man, das ist echt schwierig, die Sprache. Kannst du ja, wenn du jemanden fragst, wie geht es dir? Jak-tschau-marsch? Ja, was? Jak-tschau. Also eigentlich... Jak-tschau-marsch. Oh, Moment. Hier ist irgendwo der Killer. Jak-tschau-marsch. Ich finde, das hört sich ein bisschen asiatisch an. Das ist der Fallen-Digger, glaube ich. Ne, jak-tschau-marsch. Jak-tschau-marsch. Marsch. 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 Jak-tschau-marsch. Hm, jak-tschau-marsch. Aber im Schlesischen sagen wir nicht tschau, sondern jak-tschau-marsch. Also ohne so ein Umlauf, also so das E anders zu sprechen, so nasal zu sprechen. Das machen wir. Ja, bei uns, wenn ich bei meiner Familie bin, dann, bei uns wird halt immer nur Schlesisch gesprochen. Und wenn wir in der Großstadt sind, dann Polnisch. Ich habe jetzt vor, ähm, kurz mal angefangen in der Uni, gibt es so einen Polnischkurs. Den habe ich jetzt belegt. Also der geht, glaube ich, zwei, drei Jahre. Jetzt habe ich ein halbes Jahr erst. Und das sind so die Basics, aber die kann ich ja schon alle. Und, ähm, was ich zum Beispiel nicht kann, ist Polnisch schreiben. Ich kann Polnisch lesen. Aber Polnisch schreiben kann ich nicht. Wurde mir nie beigebracht. Aber es lernt sich auch. Mann, der Killer ist hier. Jasmin hat Spaß. Mann, der soll abhauen jetzt hier. Jetzt schmeckt er schritsch. Kannst, kannst du sagen, äh, also wirklich verpiss dich heißt auf Polnisch. Sperlelai. 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 Aber ich habe eine Taschenlampe. Wieso, wieso durchsuche ich jetzt eine Kiste? Stimmt, ich habe eine Taschenlampe. Ich habe, ich fluche eigentlich auch immer auf Polnisch. Aber wenn ich zocke, versuche ich das immer. Aber ich, jetzt, ich komme zu dir. Mann, jetzt geht das schon wieder los. Was haben die denn alle gegen mich? Ich habe doch nichts gemacht. Wer kommt hier hinterher? Ich habe ihn kurz mit der Taschenlampe gestunt gehabt, aber... Der mag mich nicht. Ich glaube, dich mag er vor allem. Nee. Nee. Würde er mich einfach in Ruhe lassen? Geh weg! Ich bin in die Arme geschossen. Oh nein. Ich habe ja meinen Joker, ne? Ja! Hehe. Ja! Die sind auf jeden Fall irgendwo fallen, weil das bei mir Signal ablässt. Oh, neulich jetzt. Was denn? Jetzt sind wir noch hinter mir her. Und Onche Luby. Er mag dich. Nee! Ja. Okay. Vorbei! Bye! Gott, ich danke. Hallo, das... Oh, der Haken wurde absabotiert. Cool. Absabotiert? Ja, ja. Der wurde nicht sabotiert, nein, der wurde absabotiert. Das ist okay. Oh Mann. Und ich hängel. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, was sabotieren auf Polnisch heißt. Wahrscheinlich irgendwas mit Sabotowacz oder so. Sabotowacz. Ey, ohne Spaß. Telefonieren heißt Tele... Oder, warte mal. Warte mal. Ich kann ja meine eigene Sprache. Und wie immer, die Ausgangstore sind jetzt fast, also mit Energie versorgt. Und wer hängt mal wieder am Haken? Natürlich ich. Wie immer. Ach, ist das schlecht. Ich komm zu dir. Ich sollte das Spiel löschen. Nein, nein. Ja, er hat Power Time. Dankeschön. Sie rennt. Ich weiß gar nicht, wo ich lang rennen wollte. Genau, ich laufe hier, laufe. Geradeaus, rechts, links? Äh, geradeaus. Glaube ich. Rechts. Glaube ich. Ja, ja, du läufst bis jetzt. Oh nein, oh nein. Will, magst du... Mach voll auf, bitte, bitte, mach voll auf, bitte. Mann, warum rennt der weg? Weil er Angst hat. Du bist ein Wichser, ey. Hier bist du, hier. Nein, ich hab dich gehört. Gut, Mann, pass auf, der kommt zu dir. Nee, der kommt zu Bill. Oh, ehrlich jetzt. Der Richard. Ja, genau, und wen himmt der auf mich? Oder was? Oh, was macht der Kollege denn da? Mensch, der sitzt bestimmt mal auf der Luke. Ach, komm. Hm, nee. Kein Bock drauf. Nee, was hat denn... Ich weiß... Nee, der hat sich geheilt, glaube ich. Hm, werde ich ja jetzt sehen. Was ist denn der Ernst? Dann komm ich... Sie kommen mich retten, so komm ich retten. Keine heile, heile machen. Okay, keine heile, heile machen. Killer ist Rang 8. Also jetzt steht bei mir auf jeden Fall auch, dass ich tot bin. Nein, warte mal, das ist viel zu nah. Der Richard, der hing noch nicht. Hat der... Sieht er mich, wenn ich mich heile? Warte, ich gucke mal. Ja, ja, der hat das aber auf 1. Der hat verbittertes Gemurmel auf 3. Der Ruf an der Kartenschwester auf 1. Brutale Stärke auf 3. Und Eisender Griff auf 3. Okay. Was macht die andere? Geht sie ihn retten, den Richard? Warte mal. Na, sie versuche... Ja, jetzt geht die weg. Ich habe Borrow Time. Scheiße, ich hoffe, der weiß es. Nein, natürlich kann er es nicht wissen. Ich komme zu dir, Richard. Ich komme zu dir. Warte, 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 warte. Sie ist jetzt im Zeppelin. Sie versteckt sich einfach nur. Die macht gar nichts. Ich komme jetzt. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ist da irgendwo eine Falle bei ihm? Warte, ich gucke mal. Ich weiß es nicht. Ich sehe keine jetzt. Oh, er wird gerettet. Mach, geh zur Tür. Du kannst ja einmal geschlagen werden. Mach auf. Ja. Mach einfach auf. Der kann dich ja einmal schlagen. Und dann machst du danach auf und rennst raus. So mache ich das immer. Weil der Ausgang ist fast auf. Mach auf. Mach auf, mach auf. Mach, schnell, schnell, schnell. Ja, doch, ich mache es auf. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Das ist ja eine Nervosität hier. Hast du auf jeden Fallen? Ja, 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 ja. Turin. Was macht das? Oh, jejku. Okay, ich sage jetzt nur in Polen. Okay? Okay. Und du mich nicht verstehst? Oder was? Was? Ich muss gehen. Ich weiß nicht. Ich habe die Olippe. Ich liebe dich auch. was war das denn hier ja das ist okay aber man ich will auch so eine sprache ich mag ja polnisch also du magst polnisch die sprache ja hört sich weißt du es so klug wenn ich hier bin was eine möglichkeit entweder hinter dir die palette wenn er kommt umschmeißen ja aber dann vielleicht tritt zudem eine falle rein oder in den schrank verschlägen oder er sucht jetzt einfach die luke ja manche kinder suchen ja auch einfach die luke und denken dass ich die luke so arbeitet herrlich ja was wenige punkte haben so wenige punkte denn tatsächlich ja verrückt so mein lieben war das war muss ich sagen das ist anstrengend jetzt gerade so klein wenig ich weiß nicht warum so ein bisschen vielen dank fürs zuschauen wir wünschen noch einen wunderschönen abend und wenn ihr lust habt sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder bis dann